Hi Leute, willkommen zu meinem ATI Radeon 9000er Grafikkarten Benchmark Parcours. Zuerst möchte ich euch die Testplattform vorstellen. Danach die Grafikkarten, die zum Test antreten werden und meine ausgesuchten Spiele, die ich mit den Grafikkarten testen möchte und dann das Ergebnis. So, als Testplattform habe ich mich für ein Intel Pentium 4 System entschieden. Die Basis stellt mein Asus P4 P800 dar mit einem Sockel PGA 478. Und zwar, im Sockel werde ich diesen CPU hier einstecken. Das ist ein Intel Pentium 4. Mit Northwood Kern, 3,9 GHz, 512 KB L2 Cache, 800 MHz Frontside Bus und unterstützt Intels Hyperthreading-Technologie. Sowie die SSE 2 Befehlssatz-Erweiterung, das AMDs Adlon XP z.B. noch nicht kannt konnte. Das System benötigt natürlich auch Hauptspeicher in Form von DDR1-Riegeln. Da werde ich auf 4x 512 MB RAM setzen. PC3200 mit CL 2.5. Insgesamt macht das dann also 2 GB für Windows XP, das ich verwenden möchte. Da die Grafikkarten ja auch mit Windows XP häufig kombiniert wurden, ist das doch etwas überdimensioniert. Und zwar, aber so stellt wenigstens der Arbeitsspeicher keinen Mangel dar. Ein Intel Pentium 4, den man auch manchmal mit einer Kochplatte verwechselt, muss natürlich gut gekühlt werden. Als Kühler kommt ein damals für seine Silent-Tauglichkeit sehr beliebter Kühler in meinem Falle zum Einsatz der Zalman CNPS 7000A, den ich hier auf den Pentium 4 aufsetzen werde, als Vollkopferausführung. Nun noch ganz kurz zu den Laufwerken. Windows XP, das ich zum Testen der Grafikkarten verwenden möchte, werde ich hier auf eine 60 GB fassende Seagate-Festplatte installieren, die einen IDE-Anschluss aufweist. Zur Vollständigkeit halber gibt es noch ein Floppy-Laufwerk, wenn man es mal brauchen sollte. Und, damit ich Windows XP auch von der CD installieren kann, ein DVD-ROM-Laufwerk. Ebenfalls hier mit IDE-Anschluss. Dies sind die sechs teilnehmenden Grafikkarten aus der RTI Radeon 9000H-Serie von 2003. Dies wäre eine Asus Radeon 9800 XT, die schnellste Grafikkarte aus der 9000H-Serie von RTI. Bei diesem Modell ist mir aufgefallen, dass sie das BIOS einer RTI Radeon 9800 Pro geflasht hat. Allerdings habe ich sie auf 400 MHz GPU und 365 MHz Speichertakt übertakten können, um noch ein bisschen Leistung herauszuholen. Die RTI Radeon 9800 XT gibt es nur mit 256 MB Grafikkarte. Dies ist eine RTI Radeon 9800 Pro mit, in meinem Falle, 128 MB Video-Speicher. Standardmäßig sind auf der 128 MB Variante keine Kühlkörper auf den Speicherchips geklebt. Das hat mein Vorbesitzer gemacht, da er einen hochwertigeren Salman-Kühler auf die Grafikkarte geschnallt hatte. Dies ist die RTI Radeon 9600 Pro mit, in meinem Falle, 256 MB Video-Speicher. Auch eine RTI Radeon 9250 von MSI wird zum Test antreten, in meinem Falle, mit 256 MB Video-Speicher. Dies sind die beiden leistungsschwächsten Grafikkarten der Radeon 9000er Reihe, nämlich zweimal die Radeon 9200 SE. Das untere Modell, wie ich sie erhalte, hat 128 MB, das obere Modell 64 MB. Da die beiden Grafikkarten mit meinem ASUS P4 P800 Mainboard nicht zusammenarbeiten wollten, ich vermute eine Inkompatibilität beim AGP-Übertragungsmodus, der beim ASUS P4 P800 lediglich 8X beherrscht. Also habe ich die beiden Grafikkarten auf meinem Sockel für eine 62er Mainboard, dem ASUS A7N8X, ausprobiert. Da kann ich nämlich die Übertragungsrate des AGP-Slots manuell festlegen. Normalerweise sollte man das nicht machen, da auch die CPU und auch die anderen Komponenten auf dem Mainboard die Leistung beeinträchtigen können. Jedoch kommt auf meinem Mainboard ein AMD ATLON XP3200 Plus Prozessor mit 2,2 GHz zum Einsatz, dem 1,5 GB DDR400 Arbeitsspeicher, der mit den gleichen Latenzen lief wie auf dem ASUS P4 P800 zum Einsatz. Und der RAM wird vom Enforce 2 Ultra 400 Controller im Dual Channel Betrieb angesprochen. Außerdem ist die Grafikleistung der 9200 SE so leistungsschwach, sodass vor allem die 3D-Leistung vom Grafikchip abhängt. Meine ATI Radio 9200 SE mit 64 MB hat den Benchmark-Parcours absolviert und kann offiziell wieder als funktionstüchtig eingestuft werden. Bei der habe ich damals übrigens Rollercoaster Tycoon 3 gespielt. Das war genau diese Grafikkarte gewesen. Ich beginne mit Rings of Fury von 3D Mark 03. Hier fällt auf, dass die ASUS RADIO 9800 XT sich logischerweise an die Spitze setzen konnte. Allerdings war mein Exemplar auf eine 9800 Pro geflasht, die ich auf 400 MHz GPU und 365 MHz RAM noch übertakten konnte. Eine echte 9800 XT taktet mit 412 MHz GPU, das müsst ihr noch wissen. Bei meiner ATI Radio 9800 Pro sitzt ebenfalls ein R360 unterm Kühler. Und was auch fällt ist, in Rings of Fury ist die 9800 Pro der 9800 XT dicht auf den Fersen. Die 9800 XT habe ich übrigens nicht mit 800x600er Auflösung getestet. Die RADIO 9600 Pro ordnet sich so im Mittelfeld ein und die RV280er basierenden Grafikkarten, die RADIO 9250 und die beiden 9200 SE bilden natürlich das Schlusslicht. Wobei man mit der RADIO 9250 PC-Spiele vom Schlage des Rings of Fury Tests noch gut spielen kann. Selbst in 1280 x 1024 waren noch über 50 Frames in der Sekunde drin. Allerdings habe ich ohne Zusatzoptionen wie zum Beispiel Kanten-Glättung getestet. Battle of Proxycon stellt da schon deutlich höhere Ansprüche an die Grafikkarte. Erst mit einer Oberklasse Grafikkarte wie eine RADIO 9800 Pro oder XT lassen sich PC-Spiele der Leistungsklasse von Battle of Proxycon gut spielen. Bei der 9600 Pro muss man bereits die Auflösung reduzieren. Erst die kleine 800x600er Auflösung garantiert Spielspaß. Und die RV280er Grafikkarten sind hier deutlich abgeschlagen. Das ist dann nur eine Diashow. Die RADIO 9200 SE mit 128 MB konnte etwas schneller noch rechnen als die 9200 SE mit 64 MB. Das liegt nicht nur an dem doppelt so großen Arbeitsspeicher, sondern auch an der höheren RAM-Taktrate von 200 MHz statt 150 MHz für die 9200 SE mit 128 MB. Die 9250 basiert ebenfalls auf den RV280. Hat im Vergleich zu 9200 SE mit 128 MB wieder verdoppelten Arbeitsspeicher. Außerdem ist die Bandbreite hier auf 128 Bits verdoppelt worden. Und der Grafikprozessor taktet 39 MHz schneller. In Trolls Lair haben wir ein relativ ähnliches Bild wie Battle of Proxycon. Die RV280er basierenden Grafikchips sind hierfür ungeeignet zum Spielen. Die RV350, also die 9600 Pro, eignet sich erst in niedrigeren Auflösungen zum Spielen. Und erst die R350 und die R360, also die 9800 Pro und die 9800 XT, eignen sich um PC-Spiele des Typs Trolls Lair flüssig spielen zu können. Für den Mother Nature Benchmark wird eine Grafikkarte benötigt, die DirectX 9 unterstützt. Da die RV280er basierenden Grafikchips, also die 9250 und die beiden 9200 SE Karten, kein DirectX 9, sondern nur Maximal DirectX 8.1 unterstützen, kann der Mother Nature Test auf diesen Grafikkarten nicht ausgeführt werden. Wie in den vorherigen Tests auch, rechnet die 9800 XT im Vergleich zur 9800 Pro ein paar Prozentchen schneller. Und die 9600 Pro ordnet sich deutlich darunter ein. Ist ja auch nur eine Mittelklasse Grafikkarte. Aber wie man sieht, der Mother Nature Test ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie Trolls Lair oder Battle of Proxycon. Und dies ist die Gesamtpunktzahl aller Grafikkarten in den Auflösungen 800x600, 1024x768 und 1028x1024. Ohne weitere Zusatzoptionen wie zum Beispiel Kantenglättung. Die 9800 XT habe ich, wie auch schon erwähnt gehabt, nicht mit 800x600 getestet, da mir dafür die Zeit nicht mehr ausreichte. Was man in etwa sagen kann, ist, dass eine 9600 Pro etwa halb so schnell ist wie eine 9800 Pro, wenn man sich das Diagramm hier mal ein bisschen näher anschaut. Die RV280er Grafikkarten sind deutlich abgeschlagen. Dann habe ich mit Quake 3 Arena ein älteres PC-Spiel basierend auf DirectX 6 mit ins Benchmark-Parcours-Boot geholt. Weil ich mal schauen wollte, wie vier Jahre jüngere Grafikkarten mit vier Jahre älteren PC-Spielen umgehen können. Das sieht im Falle von Quake 3 Arena mit 1028x1024 Bildpunkten auch ziemlich gut aus. Erst die 9250 bricht bei den Minimum-FPS etwas ein. Und selbst mit einer Radia 9200 SE mit 64 MB Videospiecher lässt sich Quake 3 Arena noch ganz gut spielen. Interessant ist, dass in meinem Falle nicht mehr als 92 Frames in der Sekunde erreicht werden können. Hier muss irgendetwas anderes inibitieren. Vielleicht der Prozessor. Oder vielleicht eine bestimmte Einstellung in Quake 3 Arena, die ich so nicht gesehen habe. Bevor es mit Unreal Tournament 2004 weitergeht, erst einmal die Grafik- und Sound-Einstellungen. Unreal Tournament 2004 macht auf jeden Fall mit einer leistungsstarken Grafikkarte Spaß. Über 80 Frames per Second im Mitteln. Eine Radia 9800 XT kann im Vergleich zur 9800 Pro die Durchschnittsrate noch deutlich anheben. Von 81 auf etwa 96 in meinem Falle. Auch mit einer 9250er Radeon kann Unreal Tournament 2004 noch einigermaßen gespielt werden. Allerdings 20 FPS im Minimum sind dann vielleicht doch ein bisschen wenig für einen Ego-Shooter, in dem es auf Präzision ankommt. Bei beiden Radia 9200 SE-Karten sollte man doch die Auflösung und den Detailgrad reduzieren. Mein beliebtes Spiel, Roller Coaster Tycoon 3, macht in 1024 x 768er Auflösung erst mit einer leistungsstarken GPU einigermaßen Spaß. Eine 9600 Pro zum Beispiel erreichte 14 FPS im Minimum. Das kann doch ein bisschen Spaß kosten. Mit den beiden Radeon 9200 SE-Karten wollte Roller Coaster Tycoon 3 nicht so wirklich. Es ist regelmäßig abgestürzt, also konnte ich keine zuverlässigen Messwerte mit den beiden 9200 SE-Karten erhalten. In der Auflösung 800 x 600 konnten die beiden 9200 SE dann aber Roller Coaster Tycoon 3 einigermaßen zuverlässig auf den Bildschirm zaubern. Allerdings sind 6 bzw. 9 Minimum FPS doch ziemlich gering für RCT3. Während des Benchmarks habe ich mich gefragt, wie ich damals mit der Radeon 9200 SE mit 64 MB Roller Coaster Tycoon 3 spielen konnte. Was vielleicht auch im Hinblick auf der höheren Auflösung von 1024 x 768 noch auffällt, ist, dass ich nicht mehr als 45 FPS, als Maximum FPS in Roller Coaster Tycoon 3 mit RATI, Radeon und 1000er Grafikkarten erreichen konnte. Hier scheint also eine andere Komponente die Bildrate zum Limitieren. Zum Schluss habe ich mit dem Landwirtschaftssimulator 2009 im Vergleich zu RATI, Radeon und 1000er Grafikkarten ein deutlich jüngeres PC-Spiel mit ins Boot geholt. Wie der Name schon sagt, erschien der Landwirtschaftssimulator im Jahr 2009. Angesichts der bescheidenen Grafik ist es auch nicht verwunderlich, dass der Landwirtschaftssimulator 2009 noch recht gut mit Radeon 9000er Grafikkarten gespielt werden kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Grafikkarte DirectX 9 unterstützt. Deshalb wollte der Landwirtschaftssimulator 2009 mit den RV-280er basierenden Grafikchips nicht starten und gab eine entsprechende Fehlermeldung aus. Mit 1024x768 Bildpunkten, zweifach Kantengelettung und zweifach Anisotropenfilter lässt sich LS 2009 mit einer 9600 Pro nicht so flüssig spielen wie mit einer 9800 Pro oder XT. Das zeugen besonders auch die 6 Minimum FPS. Dann habe ich die Auflösung auf 800x600 reduziert und die Kantengelettung sowie den Anisotropenfilter abgeschaltet. Hier fällt im Diagramm vielleicht erst einmal die hohen Max-FPS bei der 9800 Pro auf, die 9 FPS höher liegen als bei der 9800 XT. Das kann aber vielleicht ein Messfehler sein. Zumal die 9800 XT im Durchschnitt mit 27,4 FPS im Vergleich zu 9800 Pro mit 26,7 FPS ein klein wenig flotter noch war. Der LS 2009 ließ sich mit 800x600er Auflösung einigermaßen auf einer 9600 Pro endlich spielen. Das war dann auch mein RTE Radio 9000er Benchmark-Parcours. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.